Hast du deinen Welpen abgeholt, dann musst du seine Sozialisierung weiter fortführen. Dein Welpe soll nun deinen Alltag mit allem, was dazugehört, kennenlernen. Angefangen vom Straßenverkehr, über den Kontakt zu fremden Menschen, bis hin zu den verschiedensten Gegenständen des Alltags. Schritt für Schritt musst du deinen Welpen an diese Reize heranführen.